Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Titanfall 2 hier auf meinem Kanal, ob Glück oder kein Windes winnen. Viel Spaß bei diesem Video. Mit diesem Video? Mit diesem Video? Mit diesem Video? Mit diesem Video? Mit bei diesem Video. Ja, man. Wird oft gemacht. Jetzt sind wir noch voll dabei. Ja, sie ist prima. Ja, ja, schon dabei, schon dabei. Deswegen verlasse ich auch die Formation. Ja. Hä? Hm, ich komme nicht hier hoch. Wollen wir uns die kleinen Fische? Wo sind die Piloten? Ah. Wer wo denn? Oh, das ist ja gar keiner. Hello, Dick. Ach, komm schon. Wieso habe ich denn geleuchtet? Hä? Hat er mich angepingt? Okay. Ich wurde angepingt. Ähm. Ähm. Jo. Wow. Was ist das denn, Alter? So. Nein, 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 nein. Nein. Ach komm, was ist denn gerade los, ey? Was für Hölle hat der denn so eine Knarre? Jo. Doch. Nein, wir haben keine. Nein, wir haben keine. Tja. Wird nicht gut für uns. Nein. Wird nicht gut für uns. Durchhalten. Bevor das bereit macht für Titanfall. Weg da, weg da, ach komm schon, soll mein Titan das nicht rafft in echt, ist klar, da war ein Tarnjäger, danke lieber Tarnjäger, du bist ja, er ist hinter mir hergelaufen, ach komm schon, ehrlich ey, ist nicht wahr. Da, der wurde gar nicht angezeigt, ach komm, weil mein Verbündeter Titan in die Luft geflogen ist, flieg ich in die Luft, ja, okay, wir sind wieder da, Ich liebe die Flatline Okay, einer hier Hm, wer feiert denn von da? Oh man ey, wieso geh ich denn mal nicht drauf? Äh? Was? Yo Oh Okay Okay Hä? Ey, weißt du was gerade witzig ist? Ich hab mit dem genug Position eingeteckt um ihn zu killen. Und was witzig ist, er lebte. Jetzt war auch ne Scheiß. Was ist denn heute los ey? Ich hab so viele schlechte Tage und so wenig gute. Meine Güte ey. Und ich ballerst auf dem, der überlebt. Wie gut an Hm, komm vorbei Wo ist denn hin? Abkoppeln?! Ach nein, das...wwar ist denn hin? Die sind so viel besser als ich, ja. Okay. Nein, ich habe wenigstens einen Piloten erwischt. Julius Teser, Julius Teser. Was der Größenwahn? Okay, das ist jetzt kein besonderer Name. Ja, ich kenne es schon. Upsi. Warum kriege ich denn Schaden? Ich mache doch nichts. Warum kriege ich da an? Was ist los? Was? Alter, da war ein Runen. Da war ein feindlicher Titan und meiner hat gerade ihn gekillt. Ist das geil, das habe ich leider nicht mitbekommen. Verstehst du, wie kann denn der... Wie kann denn jemand mit den... Ach, ich fange an nur noch zu jammern. Es tut mir leid. Aber wie kann denn einer, der die gleichen Titan hat wie ich? Nicht aus einer Distanz wegrotzen, wo ich nicht treffe. Weil meine Waffen und so sind alle sehr weit aufgegratet. Das ist meine Serie. Ey, das ist auch wieder unsere Verarsche. Wir haben jetzt gerade voll auf die Schnauze fliegen und uns gar nicht verdient. Wieso sind die alle hier? Aber jetzt mal unscheiß, warum sind denn so viele bei mir? Ich sehe ja nicht mal... Was war los? Ich habe gar nicht gerafft, wo ich bin. Ein Monster in Flammen. Ja, wenigstens etwas, ne? Verdammt nochmal. Ich würde sagen, es war gerade Richtung Panik, aber... Ja, als könnte ich, was ich tue, als könnte ich, was ich tue. Aber nein, das war Zufall. Jo, wir kommen natürlich nochmal einmal zurück und... Als könnte ich, was ich tue, aber das war Zufall, ey. Das war so rein ein Stück. So, Mist, wüsste. So, Mist, wüsste. Ja, was soll das? Ich lade dich nach! Ach komm, wir sind abgehauen. Wir haben es nicht geschafft. Ach, Mann, ey. Aber eben so, als zwischen Nachladen und Nachladen und Nachladen, weil ich so blöd bin. Okay, wir haben gewonnen. Cool. Ich bin nicht gut, aber es war schön. Einen schönen Tag, guten Abend oder schönen Morgen. Ich arbeite wirklich noch dran. Und ich bin raus. Ciao.